Alle Sommer- und Wärmefreunde müssen jetzt sehr stark sein. Das sind die Frühtemperaturen von diesem kommenden Sonntag. Temperaturen zum Teil unter 5 Grad, in der Landesmitte und im Süden nur 2, 3 oder 4 Grad. Hier und da gibt es sogar Bodenfrostgefahr. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Ungewöhnlich kalte Luftmassen, fast schon rekordverdächtig kalte Höhenluftmassen kommen bei uns hier am Wochenende in Deutschland an. Aber das Kontrastprogramm kommt ab Mittwoch. Da beginnt der meteorologische Sommer und da könnte es dann sogar Temperaturen von über 30 Grad geben. Also eine richtige Achterbahnfahrt beim Wetter. Und das schauen wir uns hier mal etwas genauer an. Das hier sind die Luftmassentemperaturen an diesem Sonntagmorgen. Und zwar die Prognose vom amerikanischen Wettermodell. Wir sehen viel blau und das sind Temperaturen um die 0 bis minus 2 Grad in 1500 Metern Höhe. Und das sorgt dafür, dass wir kaum noch Tagestemperaturen von mehr als 16, 17 oder 18 Grad bekommen werden. Und besonders morgens kann es hier und da sogar für Bodenfrost reichen. Das Kontrastprogramm, wie gesagt, am Mittwoch, am 1. Juni, dem Start in den meteorologischen Sommer, dann Temperaturen bis zu 10 Grad, teilweise in 1500 Metern Höhe. Und im Süden des Landes sogar bis zu 19 oder 20 Grad in 1500 Metern Höhe. Das bringt uns in Süddeutschland Tagestemperaturen unten am Erdboden von mehr als 30 Grad. Der Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Freitag aus Nordwesten. Da kommen diese kalten Luftmassen Richtung Mitteleuropa geströmt. Das Wetter heute nach Norden teilweise durchwachsen. Einzelne Regenschauer im Süden meist freundlich und auch trocken. Temperaturen hier nochmal in der Spitze 23 Grad entlang des Rheins, aber auch hier im Südosten des Landes sonst maximal noch 14 bis 18 Grad. Die Nacht zum Samstag schon ziemlich kühl, 10 bis 4 Grad. Da muss man hier und da schon mal nachts die Jacke rausholen, wenn man spät unterwegs ist. Im Norden noch einzelne Regenschauer. Und dann schauen wir mal auf das Wochenende. Der Samstag maximal noch 14 bis 20 Grad als Tageshöchstwerte. Aber freundlich, kein Landregen in sich. Die Trockenheit geht weiter in vielen Landesteilen. Nur der Norden, der hatte schon genug Regen. Da ist es nicht so trocken, aber da gibt es weitere Regenschauer. Und auch der Sonntag im Norden durchwachsen ab und zu mal Regenschauer. Im Süden dagegen sehr freundlich, aber das Ganze nur noch bei 12 bis 18 Grad. Und der frühe Sonntagmorgen bringt dann teilweise Temperaturen um oder unter 5 Grad. Und wir schauen noch auf den Montag. Insgesamt durch wachsendem Norden ein paar Wolkenfelder. Mit 14 bis 18, beziehungsweise 19 Grad im Südwesten bleibt es weiterhin relativ kühl für die aktuelle Jahreszeit. Aber das wird sich sehr schnell ändern. Der letzte Maitag, der Dienstag, 17 bis 23 Grad. Ein Mix aus dichten Wolken, stellenweise etwas Sonnenschein. Und dann kommt quasi der Wärmehammer direkt pünktlich zum 1. Juni Temperaturen 23 bis 32 Grad. Vor allem hier im Westen, Südwesten und Süden 30 bis 32 Grad. Da ist also wieder ein Hitzetag möglich. Und direkt zum Abend schon wieder neue Hitzegewitter, vielleicht auch wieder mit Unwetterpotenzial. Und wir schauen auf den Donnerstag. Schwül, warm bis heiß 24 bis 32, vielleicht auch 33 Grad im Westen und Südwesten. Abends erneut zum Teil kräftige Schauer und Gewitter in Westdeutschland. Später auch zum Teil den Osten erreichen. Also es wird wieder schwül, warm und gewittrig. Und die Temperaturen im hochsommerlichen Bereich teilweise über 30 Grad. So schnell kann es gehen. Eben noch Bodenfrostgefahr. Drei Tage später Temperaturen von über 30 Grad. Und hier schauen wir mal einen Tag später auf den 2. Juni. Und da ist es wirklich sehr warm in 1500 Metern Höhe. Zumindest nach dem Hauptlauf vom amerikanischen Wettermodell. Hier im süddeutschen Raum 15 bis knapp 20 Grad in 1500 Metern Höhe. Und auch im Norden 10 bis 14 oder 15 Grad. Das ist Sommersatt. Viel Sonnenschein und viel Wärme. Aber immer wieder abends einzelne Schauer und Gewitter. Aber wie lange bleibt der Sommer erhalten? Wir schauen mal einen Tag weiter auf den 3. Juni. Und wir ahnen schon, was da passiert. Hier aus Nordwesten kommen kühlere Luftmassen in der Höhe herangeströmt. Und die schieben die warmen Sommerluftmassen langsam aus Deutschland raus. Und das hier ist die Prognose für den nächsten Samstag, den 4. Juni. Und siehe da, die warmen Luftmassen sind fast alle aus Deutschland schon wieder verschwunden. Der Hauptlauf Max Kühler, da kommt die Abkühlung hier aus Nordwesten Richtung Deutschland geströmt. Was ist da dran? Das schauen wir uns gleich mal hier in der Ensemble-Prognose an. Wir ordnen mal den Hauptlauf ein. Der Hauptlauf ist die schwarze Linie. Und da sehen wir, das ist ein Ausreißer. Deutlich zu warm zum 1. und 2. Juni, aber eben auch ein deutlich zu heftiger Absturz danach. Da geht es ja richtig runter auf 0 Grad in 1500 Metern Höhe. Dagegen das Mittel ziemlich ausgeglichen. Langsam steigen die Temperaturen wieder an nach dem Kältetal im Norden des Landes. Und bleiben dann auch auf diesem Niveau. Da gibt es weder den großen Ausreißer nach oben, noch den großen Absacker nach unten. Das Mittel ziemlich entspannt entlang des Klimamittels der Jahre 1981 bis 2010. Also alles entspannt nach dem Durchschnittswert hier der roten Linie. Der Hauptlauf nach oben, nach unten. Ich setze mal darauf, es wird wärmer ab Mittwoch. Temperaturen so 24, 25 Grad, aber deutlich über 30 Grad. Wir sehen hier, das ist wahrscheinlich ein Ausreißer. Und wir schauen noch mal auf die Regensummen, da fällt relativ wenig. Ab und zu sind mal Regenschauer mit dabei. Die großen Regenmengen kommen aber nicht vom Himmel. Wir schauen gleich mal, wie es im Juni weitergeht, was uns da erwartet. Aber erst mal nach Westdeutschland geblickt. Die Temperaturen in 2 Metern Messhöhe, sehr kühl zum Wochenende. Zum Teil nur knapp über 10 Grad, dann langsam wärmer. Und das Mittel steckt auf 25 Grad, aber später ausreißt er zum Teil über 30 Grad. Und auch im Westen gilt, relativ wenig Niederschlag. Erst ab Juni mal verstärkt so ein bisschen was zu sehen, hier unten auf der Niederschlagskurve. Wir blicken nach Ostdeutschland. Hier bis zum 11. Juni ebenfalls. Und zwar auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Deutlich zu kühl in den nächsten Tagen. Und dann wird es dann wärmer und der Hauptlauf, klar, der Ausreißer nach oben. Das Mittel, die rote Lieber, 10 Grad in 1500 Metern Höhe. Das reicht für 20 bis 25 Grad. Aber ob es die 30 Grad gibt, wie gesagt, die werden hier nur vom Hauptlauf berechnet. 15 Grad in 1500 Metern Höhe, während unten am Erdbund knapp 29, 30 Grad. Aber wir sehen, der Hauptlauf ist auch hier ein Ausreißer und rutscht dann aber auch ganz nach unten runter. Und wir sehen auch hier, das Mittel bleibt eher stabil um die 10 Grad. Und was den Regen angeht, da kommt auch nicht wirklich viel im Osten des Landes runter. Wir schauen nach Süddeutschland. Auch hier auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und da wird es erstmal auch im Mittel deutlich wärmer zum Teil als das Klimamittel der Jahre 1981 bis 2010. Da kommt so ein ausgedehnter Wärmeberg. Aber der Hauptlauf, der ist noch weiter oben zu finden. Deswegen, den müssen wir wahrscheinlich ein bisschen erstmal ausklammern. Der will zu weit nach oben und dann später eben auch sehr weit nach unten. Und das Klimamittel bleibt eher so um die 10 Grad in 1500 Metern Höhe. Das würde uns Temperaturen auch im Süden um die 21 bis 25 Grad bringen. Wäre auch noch völlig normal für die aktuelle Jahreszeit. Und hier und da gibt es anfangs ein paar Niederschlagssignale. Die könnten aber später zum 5. und 6. Juni etwas heftiger ausfallen. Apropos Niederschlag. Wir schauen mal auf die Landesmitte in Sachen Regensummen. Bis zum 11. Juni kommt da der ergiebige Landregen. Es ist ein großes Fragezeichen dahinter. Im Mittel 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Aber große Ausreißer nach oben bis zu 80 und ganz viele nach unten. Die sehen gerade mal 10, 11 oder 12 Liter Regen pro Quadratmeter bis zum 11. Juni. Und wir sehen hier auch noch, erstmal fällt sehr wenig. Gerade mal 10 Liter bis zum 1. und 2. Juni. Da ist also die Unsicherheit weiterhin sehr groß, ob da tatsächlich der ganz große Regen vom Himmel kommt. Ja und was macht der Juni? Wir hatten es schon gesehen, so langsam aber sicher wird der Juni tendenziell immer weiter von der Norden nach unten gerechnet. Wir sehen hier die Temperaturabweichung für Juni 2022. Und wir stellen fest, weder zu warm noch zu kalt. Keine Abweichung. Dagegen hier im Osten und im Norden ein zu kühler Juni. Ist sehr wahrscheinlich zu kühl im Vergleich zum Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Jetzt aber die spannende Frage. Kann vielleicht der Juni das extrem trockene Frühjahr irgendwie so ein klein wenig ausgleichen? Naja, das wird eher schwer werden. In vielen Landesteilen die Farbe orange bis rot, teilweise braun. Das heißt, extreme Trockenheit wird für den Juni angekündigt. Einzige Ausnahme aktuell hier im Nordosten. Da sehen wir teilweise weiß bis grüne Farben. Und weiß heißt durchschnittliche Regenmengen. Und grün heißt zu nass. Also der Nordosten könnte nach den aktuellsten Prognosen eher zu viel Regen abbekommen im Juni. Das wäre ja mal ein echter Segen. Denn gerade dort herrscht die größte Trockenheit. Das ist wirklich sehr spannend. Wenn es so kommt, dann würde der Regen wirklich die richtige Region treffen. Wir müssen aber uns noch gedulden, ob das tatsächlich so eintreten wird. Wir fassen kurz zusammen. Das Wochenende ziemlich kalt, aber sonnig. Kaum Regen. Nachts Bodenfrostgefahr. Hier und da. Ganz vereinzelt zumindest. Und nächste Woche Mittwoch pünktlich zum meteorologischen Sommerstart. Temperaturen von 30 bis 32 Grad in der Spitze. Aber ob diese Wärme nachhaltig sein wird, da ist noch ein großes Fragezeichen dahinter. Das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald.